Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie meine Pläne für 2023 so aussehen. Von daher bleib gerne bis zum Ende des Videos dran. Und damit starten wir direkt in das Thema. Passend zu der Frage, wie es bei mir 2023 kryptoseitig so weitergeht, möchte ich mit dir über eine Blockchain.com-Umfrage sprechen, die erst vor kurzem released worden ist. Und hierbei ging es um die Frage, ob verschiedene Investoren aus verschiedenen Ländern, wir sprechen hier von knapp 40.000 Befragten, in diesem Jahr, also in 2022 investiert haben und ob sie das auch in 2023 planen. Und deswegen gucken wir uns hier einmal das Ergebnis an und anschließend werde ich dir dann über meine Pläne einiges erzählen. Wir müssen darüber sprechen, dass in dem Fall bei dieser Umfrage natürlich verschiedene Personen aus verschiedenen Ländern gefragt worden sind. Und wir sehen als allererstes, 44% der US-Befragten haben in diesem Jahr in Krypto investiert. Es wird jetzt nicht genauer spezifiziert, ob es jetzt Bitcoin oder Altcoins waren. Und sie werden auch im Jahr 2023 wahrscheinlich in verschiedene Kryptoassets investieren. Wir sprechen hier von 40%, die das eben planen. In Ghana zum Beispiel haben wir eher ein Land und vor allem Menschen scheinbar, die sich aktiver mit dem Thema beschäftigen. Klar, in dem Fall ist das vielleicht auch eine Inflationsfrage in dem Fall. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass 44% bereits eingekauft haben und 60% im nächsten Jahr Investitionen geplant haben. In Nigeria haben wir 50%, die in diesem Jahr eingekauft haben und 46%, die im nächsten Jahr einkaufen wollen. In Brasilien haben wir hier einen 50-50-Split. Auch ein Land, was ordentlich Probleme mit der Inflation hat und mit dieser Geldabwertung, die dadurch natürlich auch nochmal verstärkt worden ist. In Deutschland sieht es wieder anders aus. 34% der Deutschen, die befragt worden sind, haben Kryptowährungen in diesem Jahr geplant und eingekauft. Und im nächsten Jahr wollen nur 30% wieder einkaufen. Also hier sehen wir eher einen sinkenden Wert. Und in Italien sieht das ähnlich aus. 31% haben bereits in diesem Jahr eingekauft. 29% planen Investitionen im nächsten Jahr. Und das ist irgendwo auch ein bisschen verständlich, wie ich finde. Denn gerade die europäischen Länder, die in Anführungsstrichen im Vergleich zu Ghana und Nigeria vielleicht oder auch Brasilien etwas weniger inflationäre Probleme haben, scheinen sich eher aus dem Krypto-Gefüge so ein bisschen zurückzuziehen. Und das ist auch mein Gefühl. Wir sehen nämlich, klar, aktuell wirklich relativ niedrige Kurse. Und da entscheidet man sich dann doch lieber, gerade bei der Energiekrise und diese ganzen anderen Probleme, die wir eben noch zu bekämpfen haben, scheinbar das Kapital in Fiat umzuwandeln, würde ich jetzt mal vermuten. Und anschließend das Kapital dann zum Beispiel eher in Aktien oder in ETFs oder ähnliches zu stecken, wo eben wahrscheinlich aus der Perspektive dieser Menschen der Wertverlust nicht allzu hoch ist. Und das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt die beste Haltung, sondern vielmehr bin ich eben der Meinung, und jetzt kommen wir zu meinem Plan 2023, dass man kontinuierlich investieren sollte. Das habe ich seit dem All-Time-High getan. Wir haben hier einen Preis bei Bitcoin zum Beispiel von 68.789 Dollar gesehen. Und es gab bis heute keinen Grund für mich, nicht weitere Investitionen vorzunehmen. Und das gilt nicht nur für den Bitcoin, sondern das galt auch für alle möglichen Altcoins. Natürlich nicht auf 100 bezogen, sondern ich habe das schon eher ein bisschen eingegrenzt und besitze eher zwischen sieben bis zehn Kryptowährungen allgemein. Die einen werden ein bisschen aktiver bespart, die anderen etwas passiver. Und genau das ist der Weg, wie ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir in der aktuellen Phase, in der wir uns gerade befinden, nicht nur wunderbare Einstiegspunkte haben, sondern dass wir gerade in den kommenden Jahren davon richtig, richtig ordentliche Früchte eben in dem Fall pflücken werden oder ernten werden. Investitionen, die wir heute tätigen, die werden sich in den kommenden Jahren auszahlen. Die meisten Investoren sind meiner Meinung nach vor allem gewinngetrieben. Und gerade für diese Menschen ist diese aktuelle Situation, in der wir uns befinden, eigentlich ein Schlaraffenland. Doch irgendwie ist es so, dass psychologisch die Menschen sich eher dazu entscheiden, wirklich bei sehr, sehr hohen Kursen einzusteigen und zu investieren und das Gefühl von FOMO zu haben, von Fear of Missing Out, also etwas zu verpassen. Und in dem Moment, wo der Preis kontinuierlich fällt, wird dann auf einmal dieses Barometer umgeworfen und die meisten haben extrem viel Angst und ziehen sich aus den Märkten zurück. So wie jetzt aktuell. Wir sehen hier beim Fear and Greed Index zum Beispiel einen Wert von 28, der eher im Fear-Bereich unterwegs ist oder zu verorten ist. Und in dem Moment, wo also die Kurse steigen, sieht man dieses Barometer kontinuierlich wieder nach rechts kippen. Erst in den gelben Bereich, dann in den grünen Bereich, was dann natürlich für eine sehr, sehr starke Gambling-Haltung der meisten Investoren eben natürlich oder dafür spricht. Und das sind vor allem dann kleine Privatanleger, aber mittlerweile eben auch Großinvestoren, die dann blind in Märkte rein stolpern. Und das ist natürlich ein großes Thema. Dadurch haben wir dann wieder sehr, sehr viel Volatilität am Markt und weitere Seiteneffekte, die die meisten, wenn sie mittlerweile über einige Jahre dabei sind, natürlich heute schon kennen. Und wir müssen uns im kommenden Jahr auch darauf einstellen, dass zum Beispiel auch die geldpolitische Lage sich erst einmal nicht groß verändern wird. Die FED zum Beispiel wird auch weiterhin den Leitzins erhöhen. Das wurde bereits kommuniziert. Die Geldpolitik ist hier klar. Sie wollen mit aller Macht die Inflation wieder in den Griff bekommen. Und Europa mit der EZB wird das Gleiche tun. Und deswegen müssen wir uns natürlich weiterhin auf eine straffe geldpolitische Ausrichtung eben einstellen. Ja, einstellen. Die wird mindestens 2023, wenn nicht sogar noch 2024 anhalten. Und auch der Kryptowährungssektor wird natürlich davon mittelbar betroffen sein. Und gerade in der Situation ist es dann meiner Meinung nach total rational, langfristig zu investieren. Und das funktioniert eben auch mit Cryptoassets. Nicht mit allen natürlich, aber mit einigen wenigen. Und die muss man natürlich vorher herausfinden. Ich persönlich werde, also kurz zusammengefasst, weiter investieren. Kontinuierlich, einmal im Monat, wenn bestimmte Situationen eintreffen. Dann auch in einem kürzeren Zeitraum. Ich habe immer Kapital an der Seite liegen, mit dem ich schnell reagieren kann auf bestimmte Situationen. Und genau das sollte meiner Meinung nach jeder vernünftige Kryptoinvestor tun. Natürlich immer nur mit dem Kapital arbeiten, was man bereit ist zu verlieren. Das sollte eindeutig sein. Man sollte sich ebenfalls mit der Verwaltung der Kryptowährungen beschäftigen. Und zum Beispiel größere Bestände auf einem Code Storage haben. Damit im Fall der Fälle bei einer Börse zum Beispiel eben die Bestände nicht weg sind. Und wenn man etwas emotional ist, wegen der ganzen Volatilität am Markt. Dann sollte man vielleicht auch nur einmal im Monat wirklich in dem Fall auf Plattformen gucken. Und sich die Preise ansehen. Oder alternativ kann man natürlich auch einfach Sparpläne bauen. und damit dann automatisiert in dem Fall Bestände einkaufen. Das funktioniert noch nicht allzu gut. Dafür gibt es kaum Plattformen, die dir dann auch die Möglichkeit geben, wirklich aktiv deine Bestände zu bewegen. Aber in Zukunft wird es sicherlich weitere Plattformen geben. Und dann werde ich dich sicherlich auch nochmal informieren. Und wie gerade schon gesagt, werde ich weiterhin investieren. Und das tue ich zum Beispiel auf der Plattform Bitwavo, die du über den ersten Link in der Videobeschreibung findest. Warum Bitwavo? Bitwavo ist die regulierte Plattform in den Niederlanden. Wir haben hier einen Einlageschutz in Höhe von 100.000 Euro. Und mit der Anmeldung und Verifizierung bekommt jeder erst einmal einen 10 Euro Willkommensbonus. Und dieser Bonus kann in jegliche Kryptowährungen investiert werden. Wir sprechen hier mittlerweile von 175, die verfügbar sind. Auch Staking lässt sich auf der Plattform aktivieren. Und wir haben unter anderem die niedrigsten Gebühren. Und genau so sollte man eben arbeiten, sich die besten Plattformen raussuchen, die niedrigsten Gebühren und so eben die Bestände kontinuierlich aufbauen und sie anschließend auf einem Code Storage zum Beispiel lagern. Mich würde an der Stelle noch interessieren, wie du aktuell dein Jahr 2023, gerade wenn es um Investitionen im Kryptospace so planst, schreib es gerne mal unten in die Kommentare, damit wir darüber diskutieren können. Deine Meinung würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du gerne auch morgen wieder mit einschalten, denn auch morgen kommt ein neues Krypto-Video. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und bis morgen.